Legen wir los, Leute, Marco. Ich bin echt super gespannt, die Runde. Wie die Waffe jetzt etwas aufgebessert? Einfach, dass wir es bringen, weiß ich nicht. Also jetzt kein neues Versuch. Ich bin echt super gespannt. Ich glaube eher nicht, dass es so eine schlechte Map war. Es sind noch keine Hände. Hä? Leute, ist runtergefallen. Ist er jetzt tot oder was? Wahrscheinlich nicht. Wir haben es sowieso kalt gemacht. Der Typ. Es sind schon mal keine mehr. Da war einer. Ist er wieder spawnen hier? Nö. Es sind keine mehr. Äh, wo kommt denn der her? Oh mein Lieber. Ja. Hallo. Aua, aua, aua. Alter. Die ganze... Ja, die ganze Mangel ziehen aus. Klar. Ich darf nicht die Waffen lexen. Und dann kriege ich keine Punkte. Endlich. Zeit. Ich weiß nicht, die Waffen lexen. Das ist super. Das war einfach so, ja. Wenn wir pumpen, drück ich ab. Wo ist die denn hin? Hä? Was ist denn der Moment? Mann! Zweier kann ich nicht. Zweier geht nicht. Da bin ich zu stark. Zweier schaff ich nicht. Alter! Zack, weg war ich. Das ging so schnell reagiert der. Alter, das ist eine Reaktionskeit. Das war... Ich bruchte einfach ne Sekunde, Alter. Ja, na klar. Mach den Tür platt. Klar, das können sie ja besonders gut. Das ist unser bester. Edge 8. Ja, da war einer. Jo, hab ich einen. Jawoll. Jawoll. Mensch. Mann, ey. Ist ja nicht normal, ey. Komm bitte fliegen, Alter. Au. Mann. Runter. Feigling. No sense. Jo, da war er weg. Hey. Chris. Nächster. Es läuft so wie geblockt ein. Ah, na klar. Das schafft er wieder. Ich hatte volles Leben gehabt. Ich hatte volles Leben gehabt. Es geht echt nicht. Ich geh nochmal ein paar Punkte, wie ich sag. Jeder Punkt zählt jetzt hier. Jeder Punkt. Nein. Ich muss ja jetzt zwölf mit der Verbreitung. Das ist unversteuerbar. Alle laufen so rum. Ich bin der Person. Sehr willkommen. Eines ab. Ja, na klar. Er macht Ruhe. Den wieder. Wird er dann eigentlich 100 Punkte? 50. Weiß ich nicht. 1,2. 1,2. 1,2. Eines ab. 1,2. Weiß ichs nicht Ne, wieder weg Hör mal ne Runde Beide Ringe Ne Ringe Was? Wäh? Rein, rein, rein Oh, da war die Schaste Die war schon weg Schnau Hä? Hä? Ja, na klar Da war ich weg Da ist fast geschafft Was heißt denn da ist fast geschafft? Hä? Da ist zwei Geschreibe, oder? Ja, genau Jetzt könnte ich das Center scrollen Wollen wir auf den? Oh, oh, oh Oh, lass mich da raus Ja, geht auch Ja, geht auch Dann müssen wir mal kurz Pause machen Das Leben ist ja voll zu machen Komm gehts, weiter gehts Was wir hier sind Sind sogar hier Spawn oder so? Gerade kenn ich die Spawn nämlich Mittlerweile Oder läuft sie nämlich richtig rum Man muss mit der Waffe reinkommen Weitere Echt, das ist echt ungut Ne, 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 ne Ach komm, Alter Da kam doch einer Wusste ich doch Weil der macht Da, 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 da Da, 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 da Dann g runt Ich bin überschossner Hier Sind ja keiner Hä Mach den der da auch Na, ich muss den nachladen Komm, Alter Ich darf also nicht so oft nachladen, das muss ich mir nur merken. Lage checken, raus, rein ins Bedürfnis. Wo ist der hin? Ach komm, Alter. Ah, nee. Ah, nicht der Letzte. Oh, nicht der Letzte ist. Ja, jetzt wird's weg. Ah, danach. Jetzt könnte einer von hinten kommen. Aber jetzt können wir dann mit seiner scheiß Drohne wieder. Liegen sie auch. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Hier vielleicht. Hä? Hier war einer. Ich dachte, wir hätten schlimm. Bleib gemacht. Ist immer zu schwierig zu sehen. Hä? Aua, 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 aua. Oh, geht's nicht ganz gut da oben. Ach komm, Alter. Ja, ist klar. Es geht einfach nicht. Ja, mit einer scheiß Drohne. Hm. Na ja, besser wie nichts.